ich zeige euch jetzt das hier ist das für pay das ist einfach dieses weiß und diese beschissene kleine flagge drüber geklatscht das ist das ganze repaint kommt drauf an die leute die morgen früh aufstehen müssen was sagen die denn dazu ich muss morgen früh aufstehen ich muss morgen auch bei mir ist kurz vor fünf julian wir fahren auf der falschen seite ist mir egal ja das ist schon einiges weiter ja ist nämlich einmal außenrum um die stadt interessant ist ja das wäre wie bei clement ferrand wir fahren jetzt gerade wirklich echt brutal auf der falschen seite daran übergang da ist auch hier spiel also was wir machen können ja es über clement ferrand fahren das sind 839 über wen über also jetzt unsere strecke jetzt hat 790 da dieses mittel ding hätte 910 aber über clement ferrand landstraße werden zu 839 aber das wäre ja dann alter darüber aber das ist weniger weit aber ich muss natürlich nicht das weißt du schon so das weiß ich nicht okay da fahren wir über tue also man könnte dann natürlich da was über golfech fahren kommen wir fahren nach golfech ja warum fahren wir denn nicht denn da außen rum julia so viel länger als johne sein wir fahren wir haben auch da eigentlich nur außen herrn oder außen fahrt das ist eine außerhalb firma aber wir machen das einfach so dass wir uns zurücksetzen der große außerhalb wird ja ich will jetzt gerade meine fracht bei einer firma außerhalb der von den bergenden wurde immer noch mal wartet doch mal wo den mv oder diese logistik der frage vielleicht sogar drüber vor dem ja also wenn wenn es im osten ist dann kommen erst vorbei die besten also in der europäule im europa vorbei wer der jahr ich glaube dass das enthalten nur bei jürgen da kommt auch vorbei aber eigentlich ist es schon so ein bisschen sie bleibt erst mal ein bisschen das ist das ist das ist ganz wichtig ist es die Leute dass sie dann auch als einsteigen lassen hier ob sie sehen quatsch sie sich rein aus der all- als allererste dort zu drüben auch blöde kühl das hat das hausende josh da erstellt gerade überlegen ob er noch heute schleichen die wir tun der kommentiert dir also sollte ich dir noch dinge tun oder nachdem das ist denn für dinge tun weil jetzt ist ja dunkel und so ich habe mir gedacht da könnte ich vielleicht dinge dagegen unternehmen der licht und so er hat mir gedacht das habe ich schon ein bisschen weiter beleuchtung auf dem raum wir schon noch ganz kurz die aktiviere ich mir gleich auch mehr licht am fahrrad hier jetzt wo seid ihr jetzt bei seid jetzt bei die werkstatt dort ja schon einmal starke hatte dann komm ich da auch wieder hin ich dachte wir fahren doch da wurde das auch lange ich bin mir nicht hundertprozentig sicher ob das so richtig ist jetzt nur über die video noch mehr doch ich hole fragt dabei ich bin mir nicht so sicher ob das jetzt müssen wir da nicht lange fahren wir wollen doch dann vorbei wir wollten da eh vorbei ich kann auf der trackers mp seit im internet gucken wir sind bei huland bei was für dem ding huland nennt sich das guck doch mal auf das so auf der trackers mp seite so er macht sie hattest du ich habe nur kracht nach graz jetzt habe ich dich dieses also dann können wir nicht machen was können wir nicht machen wenn mayo aber nur nach woanders in den meinen können wir nicht machen weil ich habe nur fragt nach graz ja dass ich es also stehe also frage jetzt der julian hat aber erstlich ostlich von dings hier wie heißt es östlich von dings hier heißt das sind das ist so eine auf der karte bis ganz also eigentlich rechts neben der stadt ist ja noch mal so ein kleiner östen huland genau und ihr wollt ja jetzt die landstraße lang und das wäre ein umweg deswegen ja deswegen setze ich setze ich mich jetzt aber ich habe ihn nur aus aus datenschutzgruppen pfiffi genannt ja das habe ich habe ich nicht gesagt weil ich den namen vergessen habe warum rufst du eigentlich die ganze zeit ausregnen wie hoch hast du dir denn gestellt die wahrscheinlichkeit so mittel so mittel wo ich mein licht wieder aus gewesen das ist eine gute frage also jetzt stehe ich bei der werkstatt ja wir stehen auf der hauptstraße ja ich stehe zwar hallo 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 hier bin ich guck hier hallo hallo ich habe auch so teures wie das licht keine autos mehr habe ich mehr warte 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 ich will noch meine große leuchten boah kassel das ist aber schade ne ja ich habe jetzt aber ganz viel licht an vorne ne habe ich nicht krassel hast du es eigentlich ganz viel licht an du musst wenn du das du musst dafür das fernlicht an du hast jetzt ganz viel stück an doch das leuchtet ist nur schwach mit der f4 drücke ne so jetzt doch mario es leuchtet aber nur schwach aha ich hab noch jetzt mit fern rechts oder links ja wir sind da ja ich bin jetzt aus der werkstatt rechts ok aus werkstatt raus und dann erstmal links ne ne aus der werkstatt raus rechts und dann wieder rechts und dann wieder rechts und dann links ne und dann wieder rechts aber einmal geradeaus ne also mario aus der werkstatt raus also rechts aus der werkstatt raus die kurve rum also ist ja mein fernl dann einmal rechts und dann nochmal rechts geradeaus weiter jetzt jetzt steht der mario leider aus meiner jetzt wird der mario wieder ja hier um die kurve rum so jetzt ein bisschen aus wie pacman nächste rechts ja rechts und dann wieder rechts und jetzt die nächste wieder rechts ich sag doch rechts wer hat denn da links gesagt du nein ja du nein ich hab rechts gesagt rechts 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 Carsten hat den Keks aus der Dose geklaut rechts 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 hab ich gesagt Carsten hat den Keks aus der Dose geklaut so wir fahren jetzt Landstraße aber schön dass wir im dunkeln fahren und dann so viel von der Gegend sehen ja das wird ja gleich wieder hell ja jetzt ist erstmal 23 Uhr ja Uhr nacht oh nacht oh da kann ich ja hier warm blinker und gedöhnsam machen naja gute Idee so wir fahren jetzt durch den Wald und da kommt dann gleich die böse Hexe ja ich würde mich jetzt nicht mehr sammeln aber guck mal hier so über Landleitungen haben die hier weil ich fahre explosive Fracht die sind auch cool und die Weinberge guck mal hier no die Weinberge von Bordeaux passt ja zum Glück Weinberge lasst uns besaufen ja 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 das kenne ich irgendwoher hier über Landleitung die Gastfreude nicht oder ja Josh wir waren echt glaube ich vom Alkohol Level die beiden schlimmsten ja wie kommt der denn da drauf weiß ich auch nicht Carsten 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 wiegt dich mal nicht in zu großer Sicherheit der Mario hat erzählt als ihr zum Hotel zurück seid hast du immer die richtige Richtung angesagt bist aber in die falsche gelaufen das stimmt gar nicht naja er hat die falsche angepeilt das ist schon wahr nein nein ja doch doch nein es ist nur so auszuholen wie viel Bus da muss er erstmal ausholen genau ja Carsten hat weit ausgeholt aber er hat den besonders der Kommentar das ging aber schnell ja das war ja auch schnell ja auf dem Hinweg zum Machold hat er gefragt wie lange dauert das zum Mangold nein Machold und auf dem Rückweg das ging aber schnell und ich denk mir ja gleiche Strecke aber ging schneller ja aber Rückweg ist immer schneller ja also gegen Ende hab ich den Josh noch äh bei den Armen gepackt und geradeaus äh laufen lassen weil der Josh nämlich immer in die andere Richtung wollte und dann hab ich den bei den Armen gepackt und hab den hat ihn immer hier ein schönes Dörfchen ein französisches Dörfchen wobei ich ich wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich geradeaus gelaufen bin du hast auch nicht geradeaus geguckt irgendwie in die Richtung gelaufen bin wo wir hin mussten aber du schaffst das aber Josh und ich sind als Erste beim Basecamp angekommen und äh James und Luisa haben sich nicht äh ja weil die haben ja die haben Abstand gehalten weil das kleinlich war die haben wie der James erzählt hat die haben über uns gelästert Josh was ne ja doch die haben über uns gelästert Quatsch alter dein LKW reflektiert aber Julian ja weil du das scheiß Fernlicht anhast du Honk ja wenn ich lag warte der Ernie hat doch immer so gelackt ja ernie Herr Bär ja Was ist los? Popoclub. Heute Darkroom. Das ist schön hier. Alter Schweda, wir haut ein Niveau. Das ist echt ein bisschen schlimmer. Nivea ist eine Hautcreme. Ja, Niveau ist keine. Aber schön hier, ne? Gut, dass wir hier langgefahren sind. Ich hab mein Stock. Ich hab mein Stock. Das kann ich immer sehen. Ich hab mein Stock. Aber ich frag mich, warum der Joc eben meinen Stock gerufen hat. Weil mein Stock hatte auch den Spitznamen Fifi. Fifi, 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 jetzt mach mal hier nicht den Staubsauger, Fifi. Das ist der geilste Satz, den hat sie ein paar Mal genau so gebracht. Ja, wobei, ja, aber das sagst du bei Hunden tatsächlich den Staubsauger, weil die gehen immer über den Boden und versuchen alles Mögliche an Essen aufzusaugen. Oder sie rein und sich den Arsch auf den Teppich. Ich hab nur so schwarzes Bahnsbodenzeug, halt. Ja, das hast du nicht gesehen, halt. Ja, das hast du nicht gesehen, halt. Kriegen alles. Da hat er auch noch Fifi, ne? 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 Ja, ja. Ja, das ist neu, das ist nicht oft. Ja, wollte ich grad sagen, das hat man selten. Ja, sonst fährt man halt so weit bis zur Hölle Tank leer ist. Das ist noch nie passiert. Oh, wie cool, ja. Mir auch noch nicht. Liebe Kinder fahrt, nie drei Haxer. Boah, Julian, ich leuchte dir. Obwohl die ja schon irgendwie schön aussehen. die 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 scheiße die scheiße hier einfach scheiße oder wie Karneval wieder gesund geh mal Bier holen du wirst wieder hässlich ein zwei bier ja 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 jetzt nimmt sich mal nicht als standard für gut aussehende das sind Pferde Pärche da kommt gleich eine kreuzung du hast doch brennbares geladen ich mach jetzt keinen Sauerbraten ich wollte grad sagen fahr doch mal rein dann ist der Sauerbraten direkt durch aber guck mal hier sind die Pfeile auch richtig ne auf der Straße angebracht ja nicht so wie woanders wo spanisch ist aber deutsche ja aber Karsten hier die Karte wurde auch von jemandem gebaut der Ahnung davon hat ach so das muss man dazu sagen Mario bleibst du da Mario 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 du musst es voll trocken so nein jetzt reicht es mir aber genau dem gleichen Ton genau dem gleichen Ton wie zum Beispiel Mario 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 ich muss jetzt nein 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 Karsten die kam jetzt aber echt arg schnell fand ich du hast ne Bremse bitte was ja ich war jetzt ein bisschen überrascht die kam arg schnell ne das geht so nicht Julian was denn Mario wo müssen wir denn jetzt hin hoch ein kleines Arsch gesehen wie hoch geradeaus hoch ne den Pescho lass mich hier auf die Autobahn hoch Mario fahr weg rechts oder links hier bist du bescheuert du fährst doch nicht links auf die Autobahn da hoch ja genau da wo mein Lkw hin zeigt da wo mein Lkw hin zeigt Karsten warum knallst du denn da rein ja weil ich ey was ist denn mit euch heute los der Karsten ist überrascht die kommt schnell Karsten knallt da rein wir fahren auch mit Toulouse oder nicht Toulouse you've got nothing to lose also hier kommt jetzt eine Lautstelle kann natt sein ja ja kann sein hat jemand an welche Firma ähm keine Ahnung ich gucke mal eben FLE weil das wär ein bisschen weiter aus dann müssten wir ein bisschen anders fahren ne ne wir sind mitten in Toulouse ja ok dann passt das ne da kann man ja ein bisschen Trade Augs oh Trade Augs oh Trade Augs da hab ich auch ab dort mal gefragt ist gute Gründe der Mario macht Geräusche ey Niiiinnn ja das kann ich nicht ändern für das die blöde Schranke zu langst habe ist äh du bist einfach zu schnell ich muss grad sagen hab ich dem Karsten vorher auch erklärt ja hat er dir auch erklärt Neeee Moment ich will mir das auch grad mal auf der Karte markieren ja iii der Mario setzt die Markierung also Toulouse im Zentrum von Toulouse der Hauser Träuberpark in the town wer muss bauen wenn ich jetzt mal direkt Toulouse finde äh wenn ihr euch das das erste Mal bei mir auch schon ein Video gesehen habt da hab ich ihn echt auch auf dem Boden gelegen ah da haben wir zu voll lachen da unten ist der so eiskalt anfängt in the town wer muss bauen und welche Firma ist das die Firma unten bei der Werkstatt in Toulouse äh traut aus 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 du meinst zum Beispiel der Kommentar wo der James sich herumgeschossen hat und du einfach nur hast ja toll gemacht ja sowas wie das ist mit dem Sply das fand ich eigentlich auch ganz äh hh hh mit dem